Okay, es kommt jetzt ja bald die, äh, kommt ja bald Mario Bros. 1 da raus, wo ich richtig Bock drauf habe. Und es geht heute in der Nintendo Direct Version nur um das Spiel, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also richtig, richtig geil. Das sieht auch schon so cool aus. Dank der neuen Kraft, die ihn ihm erwachte, verbreitete sich Chaos über das Land. Nun ist es an Mario und seinen Freunden, Bowser aufzuhalten und das Blumenkönigreich zu retten. Ich finde halt mega stark, dass diesmal nicht wieder Peach geklaut wird, sondern Peach ist jetzt die emanzipierte Prinzessin, die mitkämpft. Sehr geil. Let's jump in, Leute! Flower Kingdom, das sieht schon richtig cool aus. Okay, ja, sowas kennen wir ja schon. Das ist aber neu mit diesen Dingern, die hochfliegen, oder? Schnecken sind auch neu. Da sind schon viele neue Viecher bei. Also so das Grundprinzip ist halt ähnlich. Mit ne Desert. Wasser. Hier sind wir Mushrooms. Tonig ist neu. Viele neue Tiere, oder? Wie nennt man die Viecher? Offene Gebiete. Sehr cool. Oh, du kannst einfach in irgendeiner Reihenfolge spielen. Sprechende Blumen. Oh mein Gott, wie süß! Sie sprechen mit einem. Warte, können wir auch sprechen? Oh, so im Schatten, das mag ich auch. Das kannte ich von, ähm... Donkey Kong. Da gab es auch mal eine Strecke, die war so mit Schatten. Aber Mario Bros. kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Charaktere. Charaktere. Das ist nämlich auch ganz interessant. Es gibt nämlich jetzt viel mehr. Also du kannst halt mit Peach und mit Daisy jetzt auch spielen. Lieber... Ich bin halt voll... ...der Peach-Fan. Und mal kommt Mario Odyssey 2 endlich. Kommt das... ...auch dieses Jahr? Oder nächstes? Oder wann? Ich hab's grad nicht auf dem Schirm. Okay, und wenn du's chillig haben willst, kannst du sogar ohne Damage spielen. Aber ist ja lame. Wer will denn ohne Damage spielen? Super Mario Bros. ist immer dafür da, um sich aufzuregen. Die verarmen den Spieler nach und springen, wenn ihr springt. Die sind auch neu. Melonenpiranha-Pflanzen spucken Kerne. Spießeriche. Oh mein Gott, wie geil. Leute, ich werd das Spiel so suchten mit Karo. Wie cool! Ey, wie geil ist das denn? Oh, du bist so gegen die kämpfen. Ja, die kennen wir ja. Klar, sind die dabei. Neue Power-Ups. Ja stimmt, man kann jetzt halt ein Elefant werden, ne? Das ist halt schon wirklich als der krassesten Veränderung in dem Spiel. Oha! Du kannst sogar Wasser versprühen. Oha! Okay, krass. Toadette! Toadette liebe ich auch. Weiß keiner, aber vielleicht sagt Nintendo bald was zu einem neuen Odyssee. Ist ja auch cool. Ich hab das erste noch gar nicht gespielt. Sieht schon lustig aus, ja. Ach süß, Toadette ist so... Ey, das ist auch geil. Wie süß! Oh mein Gott, okay. Das wird ein Sprung, der wird mich brechen. Bohrerform. Was gibt's denn alles? Kann man das alles gar nicht merken? Das kann man das alles gar nicht merken. Wie toll! Das ist auch geil. Ey, das sieht auch richtig... Was? Also man denkt jetzt so, das wäre alles so richtig OP und es wäre dann viel zu einfach. Aber du musst ja auch erstmal wissen, für welche Situation du was einsetzt. Und dann musst du ja auch erstmal genau dann das Item haben, ne? Ein extra Power-Up-Cut zu haben? Geil. Aber dann ist es weg. Ah ne, doch, du kannst switchen. Ja, das meine ich nämlich. Ich glaube, es kommt bei dem Spiel viel drauf an, dass du switchst. Erstmal vorher studieren und dann spielen. Ja, Toadette. Ich bin gespannt, ob das zu viel wird für einen oder ob das so ist, dass es perfekt ist. Okay, die Wunderblume, die blaue, die... Ist da besonders? Wundereffekt. Krass. Was? Einfach kurz eine Armee? Wie viel hat dieses Spiel? Dieses Spiel... Hat einfach... Also da fragst du dich auch, was hat das Spiel denn nicht? Was? 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 Ich bin sehr gespannt, wie das da nachher ist, wenn man es spielt. Ob das zu viele Sachen sind. Oder ob das einfach dafür sorgt, dass es wirklich einfach nicht langweilig wird. Captures in 2Ds ist crazy. Abzeichen. Hallo, Manuel, wie geht's dir? Spielsweise können auch noch geändert werden? Abzeichen? Durch Abzeichen? Ja, okay, das ist jetzt auch spannend. Okay. Einen Fallschirm gibt's auch. Das ist ja so ähnlich wie dieses eine Tier, was du jetzt bei Mario Bros. hast. Wenn du das Item hast. Delfinkick-Abzeichen. Aber ich denke, du musst dich dann immer für einen entscheiden, oder? Stick-to-Walls, das würde ich wahrscheinlich dann takeen. Oder den Parachute. Safety-Bounce, den müsste Caro. Minzmagnet, auch geil, aber unnötig eigentlich. Invisible. You will not stop dashing with the Jet-Run-Badge. And you can run in the air for a bit. There are many more badges with different abilities. Ich bin überfordert. Es gibt so viel. Only one badge can be equipped per course. Equip them from the World Map. Ah, okay, immer nur dann für ein Level. Or if you don't make it through, grab a different badge and try again. Ah, okay, also du kannst jetzt halt nicht switchen während des Levels. Immerhin. Das ist krank. Und dann kannst du ja noch gemeinsam spielen. Ich glaube, nicht nur lokal, oder? Oder kann man wieder nur lokal? Lokal ist ja normal. Das kennt man ja. Das ist immer eine Belastung in Mario Bros., weil du dich ja gegenseitig echt nervst. Wie krass. Okay, das macht es ja irgendwie ein bisschen einfacher. Du bist dann nochmal so vier Sekunden im Geist. und kannst dann nochmal wiederbelebt werden, wenn du tot bist. Okay, wenn du Yoshi oder ein Elefant bist, kannst du sogar auf dem Rücken... Nee, es gibt jetzt auch Online-Spiel. Das ist neu. Oder? Ey, das Spiel ist so krank. Also es ist echt nochmal ein Game-Changer. Das ist so ein Game-Changer. Ich glaube gerade, dass dieser Online-Modus... nochmal extrem viel Cloud bringen wird. Und das, dass sie da mehr Leute spielen werden. Weil ich habe das Gefühl, dass Mario Bros. bei vielen nicht mehr so auf dem Schirm ist. Ich liebe es nach wie vor. Aber durch Online wird das gerade, denke ich mal, auch auf Twitch und so mehr gespielt werden wieder. Aufsteller! Was gibt es denn noch alles? Mich wurde ein Geist, ja. Das ist wirklich wild. Was? Das ist einfach so ein random Guy. Der hat da seinen Aufsteller hingestellt. Du kannst ja sehen, ach guck mal, der hat so und so viel den Leuten geholfen. Ja komm, den belebe ich wieder. Und du kannst nochmal für deine Freunde machen. Ey, das ist so krass. Das bietet so viel, die diese Spiele... Also der Online-Modus ist sehr krank. Wird ein Spiel für euch was, total. Ich liebe Mario Bros. Caro und ich, wir kündigen dann zwischendurch zwar immer unsere Schwesternschaft. Also ich glaube, es gibt kein Spiel, was uns so fordert als Mario Bros. und wir müssen jetzt miteinander spielen, aber das werden wir suchten, Leute. Krass. Ja, also die Level sehen erstmal an sich so ähnlich aus, wie halt sonst auch, ne. Du hast hier so, du hast hier Wüste, du hast Wasser. Ja, du hast diese verschiedenen Biome, aber in dem Spiel selber drin, so viel neu. Zatzte Oktober. Ich bin dabei, Leute. Ich bin dabei. Neue Konsole in Mario Rot. Rot, okay. Rot, siehst du, meins. Süß. Also zusammenfassend würde ich sagen, ist das, glaube ich, nochmal wieder eine neue Mario-Ära, weil dadurch, dass ein Online-Modus hinzugefügt wird, denke ich, wird es mehr Aufmerksamkeit bekommen, gerade so im Streaming-Bereich und YouTube-Bereich, als es vorher immer war. Weil ich glaube, gerade Mario Bros. haben zwar manche so gespielt, im Sinne von, wir machen Speedrun oder so. Das hat man ja schon mal gesehen, aber dass das so richtig durchgehend gespielt wird, war ja eher weniger. Aber ich glaube, durch den Online-Modus wird das sehr gepusht werden. Was ich aber auch cool finde, also ich bin die Erste, die sagt, ey, lass Mario Bros. spielen. Aber Online-Mario gibt es schon, also wird es so in ein bis zwei Monaten geben. Ja, das kann sein. Oder dass das mal ab und zu mal so gespielt wird, ne? Dass man ab und zu mal sagt, ey, heute ist Switch-Abend und dann wird das vielleicht auch gespielt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe nur die Angst, dass wirklich diese ganzen Funktionen, also dass du wirklich fünf Millionen neue Viecher da hast, hast, dass du fünf Millionen neue Funktionen hast. Du kannst das werden, du kannst das werden, du kannst das werden. Dann gibt es noch Abzeichen, dann gibt es noch Aufsteller. Ob das vielleicht zu viel wird, das weiß ich nicht. Aber das wird man dann sehen, wenn es raus ist. Aufstieg auf aufstehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020